Bernie und Ernst Heute Überfall Puh, das war knapp. Das kannst du laut sagen. Ich hab mir fast in die Hosen gemacht. Du hast dir in die Hosen gemacht. Oh, tatsächlich. Aber eigentlich war es gar nicht mehr so schwer. Also ich weiß nicht. Wieso? Wir haben jetzt ein paar Säcke voll Geld. Na und was ist mit dem Wachmann? Was für ein Wachmann? Was für ein Wachmann? Was für ein Wachmann? Na, der Wachmann, der tot in unserem Kofferraum liegt. Ach, der? Keine Ahnung. Du hast ihn erschossen. Aber nur weil du gesagt hast, bloß erschiegt den Wachmann. Na und, wenn ich sage, fickt die fette Nachbarin, fickst du denn auch die fette Nachbarin? Nein, aber was... Ist ja gut, ist ja gut. Beruhig dich. Ich hab eine Idee. Na toll. Wir machen es wie im Film. Na, da bin ich ja mal gespannt. Pass auf. Ich zähle das Geld und du zerschneidest den Wachmann in klitzekleine Stücke. Ne. Danach packst du den kleingeschnittenen Wachmann in einen Mixer und pürierst ihn gut durch. Und danach schüttest du die ganze Suppe ins Klo und weg ist der Wachmann. Hm? Das meinst du nicht ernst. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich werde doch deine Leiche zerstückeln. Geschweige denn den Mixer durchpürieren. Du hast ihn erschossen. Aber... Er liegt in deinem Auto. Aber... Es sind deine Fingerabdrücke an der Leiche. Was meinst du wohl, warum ich Handschuhe trage? Du hast gesagt, ihr wäre kalt. Ja klar, und das mitten im Sommer. Na los, Art. Hier, mach dich an die Arbeit. Aber wie soll ich denn damit ein Leiche zerstückeln? Das ist ein Eierschneider. Dann weißt du, wer dich sonst wo du anfangen sollst. Viel Spaß.